Ich habe gestern meine neue Drohnen bekommen und die natürlich sofort ausprobieren musste. Die ersten Flugversuche habe ich auf dem Balkon gemacht, weil wir nicht in aller Öffentlichkeit blamieren wollten, falls die Drohne nicht machen, was ich will. Aber es hat alles auf Anhieb geklappt und sogar der Rolli hat den Plausch an dieser Drohne bekommen. Das kleine Drohne ist gerade mal 125 Gramm schwer und hat den Vorteil, dass man sie nicht jedes Mal vor einem neuen Flug kalibrieren muss. Das war bei der grossen Drohne extrem mühsam. Sie macht Aufnahmen aus der Vogelperspektive, kann rein- und rauszoomen, kann schweben oder oder kann mir sogar folgen oder vorauslaufen. Sie fliegt im Vergleich zu anderen Drohnen relativ fleissig und sie ist ganz unauffällig, auch weil sie weiss ist. So, nachdem daheim alles geklappt hat, probieren wir es jetzt einmal noch im Wald und auf der Wiese. Die Drohne glaubt noch nicht so recht, dass die Drohne uns jetzt folgt. Aber sie kommt absolut zuverlässig, auch wenn ich etwas jogge. Auch im Dolly Track Modus, also wenn sie uns voraus fliegt, ist sie zuverlässig. So, für den Anfang landet das, wir machen uns wieder auf den Heimweg. Während der Drohne noch schnell einen Besuch bei den Chef macht, probiere ich noch den Orbit Modus aus. Orbit Modus heisst, sie fliegt einmal 360 Grad um mich herum. Fazit Das kleine Ding ist besser, als ich gedacht habe und es wird ganz sicher auf allen künftigen Ausflügen dabei sein. Ja, und die nehmen wir natürlich auch wieder mit heim. Das kleine Ding ist besser. Das kleine Ding ist besser. Das kleine Ding ist besser.